IT-Press von TÜV Consulting. Wir sind hier gerade auf dem Weg nach Samsu-Zi. Der Langkerl und den Gepinger. Mein Vater hat immer gesagt, Langkerl. Ich bin wirklich der große Langkerl. Hier hat man jetzt auch das Weltkulturerbe. Der im Nasco, der hat die Parkordnung, das Schloss Potsdam. So, ging rein, ging rein. Da sind wir schon wieder. Hö! Komm, hö! Ja, die paar Meter.